hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von i am the warriors in der letzten folge hatten wir vor gehabt mit darius eine geheime festung zu stürmen allerdings ging es nach hinten los darius wurde jetzt gefangen genommen und wir gehen jetzt in den weltenbaum und schauen dass wir die würmengöttin besser gesagt die macht von der würmengöttin benutzen können aber als erstes gehen wir erstmal ins feldlager gucken erst mehr durch wem wir unser zeichen geben ich weiß ich glaube ich weiß was geben erst mal drücken wir hier feldlager fiebelmarkt kamilla ach bei der musik sogar noch alles machen ich nehme einfach mal ein bisschen was bei ihr aus dann gehen wir mal das weil ihr möchte ich jetzt das meistersiegel geben und hoffe dass ich sie auch jetzt einsetzen kann weil wir diese mission ja sowieso wieder einen meistersiegel kriegen ich muss mich glaube ich echt privat mehr hinsetzen und die ganzen leute hier machen aufstiegsfibel mal schauen wie sie nach dem klassenwechsel ausschaut naja alles klar jetzt sieht es ein bisschen gefährlicher aus und das kannst du ja mit full fiebel herstellen ja talent fiebel von waffen rang b können wir jetzt mehr benutzen alle ausrüstungen optimieren und jetzt starten wir mal rein in das kapitel die weltenbombe oberung so das ist die Weltkriege es sieht aus wie meine Geschichte ist wahr es scheint, dass wir nicht alleine sind schau an die Außenregel-Fienden und Gristone-Truppen diese Umgebung ist so wunderschön es ist schade, dass wir nicht Zeit haben, um es zu empfehlen es geht focussen auf die Enemies, die wir müssen unterbrechen nicht wo sie liegen ich werde auch helfen ich will auch ich will die Divine Dragon wie alle anderen wir arbeiten zusammen und erreichen den Topf der Weltkriebe Marth, der Enemies hat eine große Arme wir müssen uns selbst für diese Kampf du bist aber ich bin sicher, dass wir gut sind ich kann aber nicht schaufe für dich oh, Marth es war meine Wahl zu kämpfen ich weiß, Sita ich weiß nicht, dass wir nicht schaufe für dich nicht schaufe für dich sie kamen sie kamen sie müssen nicht ihre Leiden es gibt keinen Weg ich werde euch die Böse die Macht die in der Weltkriebe die in der Weltkriebe meine Magie wird die Hoffnung die du hast um Verständnis ok den Typen müssen wir also besiegen Karte und tatsächlich ist Camilla hier so hä und du mal das dahin und da und dann schauen wir mal was diese Schlacht jetzt abgeht könnte interessant werden denke ich nämlich könnte interessant werden mal schauen mal schauen mal schauen bei Darius müssen wir auch noch finden und wieder befreien weil der wurde letzte Folge auch gefangen genommen wenn ich es vergessen habe zu überwägen so ok ich bin immer mit ich bin immer Darian mit also besser gesagt Robin wenn er wie auf Englisch heißt und in jedem Game auch genannt wird bis auf dem hier anscheinend auf Deutsch mache ich natürlich so ja ich weiß schon wo die Drachenader ist und Camilla kümmert sich grad drum ja wir haben eine Drachenbind und jetzt müssen wir nur noch aktiv sein was ist das 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 ist größer als erwartet ok ah er wird stärker So, mit Blitzmagie. Okay. Wo ist denn der Magier? So, vielleicht immer als nächstes tatsächlich sie hier als Ding, weil sie ist ja Sperrkämpfer und wir haben noch keinen Sperrkämpfer verbessert. Schau um. Gut, Drachenbeene aktiviert. Und Lissana, Level-Aufstieg. Sollen wir mal gucken, ob wir damit die Gegner besiegen können? Ich glaube nicht. Okay. Gut, ich schätze mal Camilla jetzt ist Level 20, ja. Irgendjemand hat mich gerade, glaube ich, getroffen vorhin. So. Wo ist der Magier eigentlich? So. Mal gucken, wie das jetzt abgeht, ja. Aber diese Drachen sind eigentlich auch erst seit letzter Mission dabei. Was ich irgendwie komisch finde, ne? So. Der große Baum scheint zu... Okay. Wer levelt denn jetzt schon wieder? Ach sie. Lisa. Gut. Okay. Okay. Ja, wo muss ich denn lang überhaupt? Ähm. Fuck. Naja, ich habe ja selber gewählt, dass ich das auswähle, also. So. Gut. Ja, weil ich keine Ahnung hatte, dass er von mir hinter mir der Magier steht. So. Gut, Xander ist in Mut. Die Sana ist jetzt mit mir drin. Ja, die ist auch kein ausbildbarer Charakter in dieser Mission, also passt's. So. Ach, da ist der Weise. Hier. Dieser Weise hat ganz schön viele Lebenskünfte. Was? Ach, du kaltest es echt da. Okay. Wo war ich grad? Komm hier drin, Alter, die ist echt gestorben, ey. Das ist der erste Mal, dass wir ein Charakter in der Mission verloren haben. So. Ich glaube, wir gehen mit ihr mal zurück. So, wer kriegt ein Level ab? Lissana. So. Wo war der Drecksmagier drin? Oh, hier wahrscheinlich, ja. Was ist das? Puh. Naja. Naja, geh mal einfach runter. Und gehen rüber zur Lissana. Weil sie ja gerade an Schwierigkeiten steckt. Und wo ist die Drecksmagier eigentlich jetzt? Takumi ist in Not. Da ist ein Weiser. So. 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 Perfekt. Wir siegen die Magier. Perfekt. Wir haben die Mission geschafft. Okay, mal gucken. Camilla. Wo ist denn sie aufgetaucht? Ja, mal gucken. Wenn der Weg da drüben auf zu geht, dann passt sie ab. So. Wo macht die Drachtenader auf? Müsste hier sein, oder? Ja, war richtig. Dann jetzt schnell zu Anna hinter und dann weiter gehen. Mal schauen, was für ein Bild uns Anna dieses Mal gibt. Aber wir fangen irgendwie zwei Bilder an anstatt, dass mal eins fertig wird. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe jetzt in die da oben, wo wir jetzt hingehen. In die Ecke. Und dann machen wir die letzte oben. Ja, Darian. Okay. Dann mal hier hin. Okay. Dann können wir mal an, wie die zusammenarbeiten. Okay. Dann nehmen wir den mit. Dann ist das voll. Dann den Vorderposten. Dann haben wir gleich jede, äh, Dinge eingenommen. Festung. Interessant. Okay. Machen wir so. Machen wir so. Ach, Dawn. Und Level Up für Xander. Ja, die Mission ist ja noch nicht vorbei, also dauert es noch ein bisschen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aha. Jetzt geht es also ab, hör. Gute Frage. So. Ich lauf rüber zu den anderen. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Okay. Okay. Perfekt. Ja, mach ich schon, mach ich schon. Und wir leveln sogar immer noch weiter auf mit den Charaktern. Ach. Ach. So. Siege den Echten. So. Siege den Echten. Siege die Magier. Siege den Magier. Okay, der hat sich zurückgezogen, oder wie? Ach komm, echt jetzt? Dann mach ich schon das und dann... Ich geh mal runter. Einer down. So. So, hier. Bringen wir uns die Festung zurück. Und dann gehen wir hier lang. Ja, ich bin schon dabei. Fafnir. Na ja, gehen wir einfach hier rein. Als ob der Drache nicht mit drin ist. Ich hab so gehofft, dass der Drache mit drin ist. So, hier. Waffe mir, mein Freund. Komm mal her. Komm. Gut, hier. So. Daumen, Fafnir. Oder sind sie mehr? Wo ist denn Fafnir sonst unterwegs? Kämpfer, wo ist noch Fafnir? So. Mal so. Schauen wir mal, ob wir die Nebenmission noch schaffen. Gut. Ich hab' wie befohlenen Kämpfer besiegt. Fafnir. Warma noch an. So. Er macht aber echt wenig Schaden, du. Nimm mal Takumi mit hier. Mach' mal so. Schauen wir mal, ob das die letzte Fafnir ist oder nicht. Hm. Ja, das war die Fafnir. Das war eine schwierige Fafnir. Aber wir haben gewonnen. Was ist das? Ich höre dich. Was ist das? Natürlich. Schauen wir mal, dass wir die Festung einnehmen. Ich mag diese Fafnirken. Hm. Und dann noch? Ach. Andersrum. Was ist das? Garf. Garf, ja. Ich kann mich um die Rüstung in die Festung mal nicht. So. Gut. Passt da. So. Gut, hier. Warum mit dem hier? Ja. Gut, das soll ja funktionieren so. Okay. Ja, perfekt. Leveler für Takumi. Ja. Und das war's mit der Mission. Und das war's mit der Mission. So. 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 We can get our hands on a new power. Let's go, everyone. Ja. Ja. Geh! Okay, wir haben jetzt neue Waffen gekriegt. Neue Waffe, exklusiv für Roman und Liana. Kann ich als Schmiedematerial benutzt werden? Ja. Und das war das. Das Meistersiegel. Ich weiß aber nicht, wem es gehen soll. Ich weiß nicht, ob ich es Lissana geben soll oder nicht. So, dann kriegen wir weitere Materialien. Weitere Materialien und hier. Ja, auch C. Okay. Dunkler Priestbrühe zum historischen Modus hinzugefügt. Na ja, dann gehen wir mal kurz in den Vorrat. Menü. Ausrüstung. Manu optimieren. Gut, dann würde ich sagen, ich bende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und am Anfang der nächsten Folge benutzt man das Meistersiegel. Mal schauen, an wen wir...